Der März bringt jedes Jahr den Frühling, aber auch den Tag der Wiener Bezirksmuseen. Heuriges Thema war die Wiener Feuerwehr. In Hitzing hatten wir darüber hinaus zwei runde Geburtstage zu feiern. 120 Jahre Deutschmeister Regimentsmarsch und 75 Jahre Rudolf Wawrach. Die Wiener Bezirksmuseen Herzlich Willkommen beim Tag der Wiener Bezirksmuseen, der heuer unter dem Thema die Wiener Feuerwehr entsteht. Dem Bezirksmuseum Hitzing ist es gelungen, dieses wunderbare alte Feuerwehrauto herzubekommen. Und die Leute werden sicher einen Eindruck haben, wie früher das Löschen von Feuern im Bezirk funktioniert hat. Wir haben hier zum Beispiel eine Leiter, die eingehängt werden konnte bei den Fenstern im ersten Stock, so dass man hinaufklettern konnte, den Strandhaken zum Zerstören der Dachstruktur, dass man löschen konnte. Und natürlich auch hier schon die moderne Ausrüstung mit Schläuchen, die von einem Betranken weg zum Brandplatz gelegt worden sind. Ich lade Sie dann ein, nach dem Bezirksmuseum in Hitzing weitere Dinge sich anzuschauen. Mein Name ist Manfred Klarkhofer. Ich habe die Arbeitsuniform der Wiener Feuerwehr Anfang des 20. Jahrhunderts an. Und sitze auf einem Ostro Fiat AFN L, L steht für Land. Und dieses Auto der Wiener Feuerwehr war bis in den 50er Jahren in Einsatz. Dann hat die Wiener Feuerwehr es einem Floridsdorfer Kindergarten geschenkt. Dort stand es 50 Jahre im Freien als Spielgerät. Ich entdeckte Ende der 90er Jahre das Auto, aber habe es und habe es in fünfjähriger Arbeit selbst hergerichtet. Seitdem hat es schon sehr viele Ausfahrten gemacht und einige Preise bei den diversen Veranstaltungen gewonnen. Die Wiener Feuerwehr war mit dem Weg von Hitzing auf den Räumen hochwertig in Hitzing. In der Mitte war es schwer, aber ich habe es noch nicht gesehen, dass der Wiener Feuerwehr ein mosstens im Gewalt und Sp Das war's für heute. Ich darf Sie herzlich begrüßen, danke für Ihr Kommen, danke für das Interesse für die fremdlichen Feuerwehren in unserem Bezirk, da werden wir einiges weiterhören, dann vor allem unseren Museumsleiter, den Magister Königstein, herzlich begrüßen. Herzlich willkommen am Tag der Wiener Bezirksmusee hier im Bezirksmuseum Gitzing. Die freiwilligen Feuerwehren haben sich gebildet in einer Zeit, wo die Gemeinden noch gar nicht zu Wien gehört haben. Sie haben jetzt ein altes Fahrzeug unten stehen vorm Haus, das ist so mittelalter, würde ich jetzt einmal sagen. Vorläufer waren natürlich noch altmodischer und am schönsten sind natürlich diese Bilder, weil das betrifft uns am allermeisten aus dem Jahr 1905. Eine Übung schaut ganz ähnlich aus wie heute, wenn Sie schauen, so ein schönes altes Auto vor. Darf ich Dich zu mir bitten und ich möchte alles Gute zum Gefrüßtag wünschen. Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist schon. Jetzt im Anschluss daran findet hier ein Vortrag statt, wie man richtig Feuer löscht. Nur ganz kurze Begriffe von den Helfern Wiens. Das ist eine Institution, die Menschen schulen soll. Was mache ich im richtigen Augenblick? Und im Anschluss daran gibt es die praktische Übung dazu. Ganz wichtig, dass ich niemals draufgebe und es ohne Masken nichts passieren. Jetzt fahre ich den Fehl, ich nehme es ab und das Ganze zündet sich. Ganz ganz wichtig bei einem Fettbrand oder bei einem brennenden Öl oder Fett niemals Wasser verwenden. Warum? Es wird die Oberfläche größer, es geht schon blitzartig dahin, dass das blitzartig verdammt. Die Oberfläche wird größer, zumindest kommt es zu einer Stichflamme 2-3 Meter Höhe und deshalb darf man niemals brennendes Öl oder Fett mit Wasser löschen. Das ist eine Stichflamme 3-3 Meter. Das ist eine Stichflamme 3-3 Meter. Also mit einem Fettkopf mehr geht's, dieser Stichflamme 3-3 Meter, die Grafik über Kontext Halt! 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 Stief! Halt! 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 Feuer! Feuer! Das ist mein Moment, ja, ohne vorhin. Das ist mein Moment. Die Kombination von Feuerwehr und Geburtszeit von Abra, das ist ganz toll. Und Deutschmeister. Und Deutschmeister und ganz wütend. Super. Gratuliere zu diesem gelungenen Fest. Danke. 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 Danke.